moin moin und hallo zusammen ob das alles so funktioniert hier ich weiß ja nicht schon mal hier haben sie die ganzen räume am hang gefällt das heißt die ganzen also viele zumindest und bin ja eins der letzten videos na gut wenn es jetzt veröffentlicht wird kann schon ein bisschen her sein von freddys fernfahrer woche gesehen habt das ist so ein truckfahrer brummi sagte man früher der erst freelancer war dann selbstständig jetzt wieder freelancer und er macht immer so hat zur zeit so spezialaufträge und der hat hier mit dem lkw im auftrag das ganze holz abgeholt das war hier in der stelle der mensch wohnt nämlich auch in tübingen oder umgebung und ab und an kann man den truck auch mal sehen ich verlinke den kanal einfach mal in der endcard finde ich ganz nett wobei der muss ich sagen der hat so er hatte mal product placement oder sponsoring mit y food gemacht und da bin ich ja vorsichtig geworden den insider verstehen ist aber auch nur stammseher so anstrengend hier moment drück mal auf den knopf ehrlich anstrengung verschwunden ja das ist jetzt die allererste aufnahme weil die erste allererste das wort gibt es eigentlich gar nicht aber wir bleiben mal dabei wir sind ja nicht bei der sprachpolizei also die allererste aufnahme hier vom radl und ja keine ahnung wie die technik funktioniert ob der bild ausschnitt passt guck mal gerade runter könnte passen sage ich mal ich nehme wie üblich in 4 zu 3 auf das heißt wenn das mit der höhe nicht ganz passt kann ich das wahrscheinlich in der brust noch ein bisschen raus korrigieren ja brustgurt und ich habe das dji inklusive windschild als mikrofon mit der eingangspegel verstärkung oder dämpfung 0 dann schauen wir mal ob das so tut das reden fällt aber auf jeden fall schwieriger als auf dem moped man ist ja auch keine 20 mehr ich meine man ist ja auch keine 30 mehr ich meine man ist ja auch keine 40 mehr ja wir sind ja im thüringer wald da bin ich heute morgen von stuttgart auch schon hingeradelt nein bin ich nicht sondern wir sind hier nicht weit weg von meiner haustür nach viereinhalb kilometer sind wir erst unterwegs ich gebe euch mal die graben daten hier wenn man sie schon haben ja 375 meter nicht so viel wobei ich mit dem rad hier auch schon auf über 850 meter war so ist nicht gibt ein paar berge hier wo man drauf fahren kann also ein bisschen was zu gucken wenn das hier mit dem audio video set abklappt haben wir durchaus also mit dem reden hier so zwischendurch es geht schon kann man nicht so gleichmäßig atmen doch guckt der bus fährt auch kleiner bus ein büßler muss sie muss sie genau jetzt mache ich endlich was das wort bedeutet hier rechts aber das könnte ja gar nicht sehen jetzt wenn ich meinen kopf drehe wird sich die kamera ja nicht mit besser doof da könnte ich natürlich jetzt wieder super view einschalten aber das mag ich ja bekanntlich nicht so weil dann alles so mega verzerrt ist ja ich glaube wir sehen das gleich nochmal weil wir fahren jetzt quasi mitten durch den golfplatz durch ist hier oben auf dem werk auf einer anhöhe gelegen ist glaube ich gar nicht so einfach zu spielen weil es da eben doch ganz gerne mal ein bisschen wind hat also jetzt nicht hier im wald aber gleich werde ich das sehen ja ich denke vielleicht so 500 kilometer habe ich sogar bislang zurückgelegt auf dem rad können auf 700 zahlen ich weiß gar nicht so genau mit dem alten rad ohne motor bin ich typischerweise gefahren so maximal eine stunde das ist dann sind dann so ja 23 kilometer roundabout und das maximum hier liegt jetzt bei 50 kilometer dafür brauche ich dann zwei stunden ja also der aktionsradius hat sich jetzt mit dem e-bike auf jeden fall mal vergrößert das ist jetzt eine ganz bemerkenswerte phase also ich erzähle natürlich allen bekannten und kollegen ganz stolz ja wie weit ich wieder gefahren bin und welche ziele ich hier aufgesucht habe und welche berge ich erklommen habe mit dem rad und ernte dann meistens so eine ja im besten fall noch ein liebevoll gemeintes lächeln weil ja ich kenne also ein paar leute die fragen halt mehr so exzessiv rad weiß gar nicht ob das so exzessiv ist auch so 50 kilometer am tag naja die fahren dann mehr so 200 kilometer am tag kann man überhaupt was verstehen oder hört man die ganze zeit nur den motor also für mich ist der motor hier sehr präsent aber die meisten zusehenden möchten ja gerne motorgeräusche hören und finde das nicht so gut wenn ich das in der postproduktion zu stark weg rechne insofern ja habt ihr hier das habt ihr jetzt davon jetzt hört man hier motor ja hier rechts ihr seht es ja schon wieder nicht neben der kameramontage da ist ich weiß nicht ob der stamm sitzt aber ein größer größerer sitz des dkms deutsche knochenmark spender irgendwas privat naja gut ok das wo ein schild steht das haben wir auch nicht rein ich wollte es euch eigentlich nur mal zeigen wir machen mal einen kleinen schlenker hier über den golfplatz ja ihr seht krötenwanderung ja die zeit ist wieder da heute soll es übrigens bis zu 27 grad werden in tübingen und ich glaube wir haben 86 7 april oder sowas unfassbar ja ich drehe mich mal so ein bisschen da sieht man dann was ich weiß gar nicht wie groß der platz ist ist das ein 18 loch platz ich glaube nicht ich glaube ich nur ein 9 loch ich habe noch nie golf gespielt wobei ich mir gedacht habe eigentlich könnte mir das gefallen vielleicht den kollegen hier nochmal anhauen von mir dessen ich weiß nicht der hat auf jeden fall aus seinem privaten umfeld hat der Bezug zu einem golfplatzbetreiber da wollten wir vor ein paar jahren eigentlich schon mal was klar machen sind dann aber irgendwie drüber weggekommen naja hier oben kann man üben na gut es gibt ja mal viele diskussionen ob das jetzt gut ist für die umwelt oder schlecht ist für die umwelt so ein golfplatz ich meine hier oben auf der höhe da hat es vor 20 jahren den golfplatz noch nicht gehabt da war da war alles landwirtschaft ob das besser ist oder schlechter keine ahnung auf jeden fall hat sich bäuerin oder bauer oder wie sagt man hat sich der bauernde dafür entschieden das alles zu verkaufen oder zu verpachten keine ahnung ich weiß es nicht die tage hat im drehnis podcast übrigens haben die beiden protagonisten einen der tatsächlich bis den besten vorschläge zum thema gendern eingebracht also wie man das jetzt genau macht gibt ja viele schreibweisen und formulierungen und so weiter die haben gesagt ja ok eigentlich mehr so zum spaß aber ich finde den vorschlag ganz ok dass man einfach die die wörter mit is am ende schreibt also kennt das vielleicht an der uni das sind dann nicht die studentinnen oder studenten oder die studierenden sondern sind die studis oder bei der bundeswehr das sind halt die bundis ja 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 so ein bisschen so eine verniedliche und form aber das ich finde das ganz charmant wenn man das so machen würde ja ja ihr seht ihr ja da auch alles noch golfplatz also ich meine es wäre einen neuen lochplatz der recht das waldgebiet ist da ja rammert bin ich auch schon durchgefahren da habe ich mich ein bisschen verfahren aber allerdings sind die barwege dort tatsächlich recht holprig und für meinen geschmack schon etwas zu holprig ich fahre ja dann doch lieber hier so auf so asphaltierten dinger aber wenn das hier mit dem mit der aufnahme gut klappen sollte und ihr außer motor und mit geräuschen überhaupt irgendwas versteht dann nehme ich euch auch mal mit durch so ein paar waldwege und flusstäler hier wir können uns mal die einen über eine geburg angucken vielleicht können wir auch mal ein stück mit dem zug fahren ja wobei das so ein gewisses drama ist also gerade im zug hatte ich hier auch einmal aber ist das denn ja wo ein scherz jetzt baumfällarbeiten lebensgefahr durchgangsverboten auch für fahrräder auch für motorräder bitte haben sie verständnis dass wir bei diesen gefährlichen arbeiten diesen waldweg zu ihrer sicherheit sperren müssen ja das ist ja super ja man hört auch eine motorsegel ist jetzt aber schade ja das geht natürlich gar nicht ja da muss ich mich ja da gehe ich ja bis zum europäischen gerichtshof weil das kann ja wohl nicht sein dass hier bäume gefällt werden dass schließlich auch lebewesen mit gefühlen und emotionen und wenn man die so ansägt dann erleidet so ein baum nämlich schmerzen wusstet ihr nicht doch doch das ist alles so habe ich alles im rahmen der stuttgart 21 proteste gelernt ja da sind ja viele wissenschaftler die dann auftreten und einem die die welt erklären ich habe ja so ein wahnsinns deja vu also ich könnte schwören hier war ich heute schon mal ich kann mir nicht helfen ja wenn er vorne gesperrt ist ist das hier auch die einzige möglichkeit wie wir weiterkommen da vorne sind zwar frösche aber die reisen sind stabil genug ich glaube haben wir mit den fröschen nicht so das Problem was hängt da vorne www.rettetdenramat.de ja zum klimaschutz nein zum windpark im rahmert genau klimaschutz ganz wichtig also hier jetzt neben dem golfplatz noch zwei windräder aufstellen geht mal gar nicht weil wegen klimaschutz ja was steht also naja das ist ein thema was für erörterungen schlecht geeignet ist jetzt haben wir mal so richtig wind da kann jetzt der die dead cat mal zeigen was sie kann wenn das gut funktioniert dann spreche ich auch viel zu laut ich kann ja mal normal sprechen ob das geht also da lasse ich mich mal überraschen ob das hier hinhaut oder nicht 50 km h so roundabout aber ich bin einigermaßen skeptisch dass das noch gut geht oh jetzt haben wir schon 60 km h ich habe aber noch keinen frosch gesehen aber ist auch klar dass ich die frosche nicht sehe weil ich fahre ja viel zu schnell ja es ist wie auf der autobahn wie soll man sich an die 100 km h schilder denn halten man erkennt die doch gar nicht wenn man da mit 380 dran vorbei fährt ja ja rechter hand ich drehe mich wieder so ein bisschen da geht es wieder nach tübingen rein so und mal gucken wie kann man wo kann man hier denn weiter fahren noch so ein bisschen blöd jetzt weil hier wollten wir eigentlich gar nicht sein wo war ich stehen geblieben ah bei den windrädern genau also bevor die windgeräusche so laut wurden hatte ich noch erwähnt dass das thema ja windräder bauen ja pro oder contra kein gutes thema ist um erörtert zu werden weil gute themen für erörterungen sind welche wo es so ja was so 50 50 entscheidungen sind wo es 50 prozent argumente dafür 50 prozent argumente dagegen gibt ja themen die man tatsächlich unterschiedlich sehen kann hier fällt es mir allerdings etwas schwer zu sehen was denn gegen den aufbau von mehr windrädern spricht aber wenn ihr das trotzdem erörtern möchtet oder die argumente selbstverständlich sofort parat habt ja dann tut euch keinen zwang an die unten in die kommentare zu blubbern zweifelsfall kann ich das ja auch immer noch weg wischen ja durchfahrtsverbot für autos das ist ja cool das heißt da kann ich mit dem motorrad auch lang das ist tatsächlich eine interessante situation vielleicht doch gut dass wir hier lang fahren also früher konnte man ja auch mit autos durch jetzt nicht mehr und der grund ist wahrscheinlich dieses hier man darf jetzt als zweispur fahrzeug kein einspur fahrzeug auch kein fahrrad mehr überholen wo man jetzt mal sagen könnte das ist eigentlich ganz okay ja weil mit sicherheitsabstand kommt man hier tatsächlich mit dem auto nicht dran vorbei ohne sicherheitsabstand natürlich schon und ja auch diese ausweich bucht darf man da quasi zum überholen nicht verwenden ja das eignet sich viel besser zur erörterung weil das hat so als fahrradfahrer also irgendwie ist das natürlich schon gut weil wenn so autos mit so kleinem abstand überholen natürlich nicht so angenehm und manchmal hört man die autos auch nicht so richtig aber andererseits jetzt hier auf der ganzen länge und ich meine wir fahren jetzt 26 kmh aber wenn wir jetzt nur 10 kmh fahren würden dann hat man die ganze zeit so ein auto hinter sich das ist natürlich auch mega unangenehm da ist es mir lieber wenn das auto dann überholt aber wie gesagt jetzt dürfen wir keine autos mehr fahren außer linienbusse das heißt das macht die sache eigentlich noch schlimmer weil du fährst hier dann lang und hast du dir hängt so eine ganze zeit so ein linienbus am arsch ja also das ist ja ich weiß nicht so richtig ob das optimal ist das irgendwie dann auch alles nicht na wir können ja mal gucken wo es hier dann geht hier war ich nämlich noch nie fahrradweg geradeaus ok ah da hängt aber schon wieder das schild mit den holzfellarbeiten ja das hätte ich mir schon gedacht das hätte ich nur auf der anderen seite hier aber dann fahren wir hier mal doch nicht lang weil nicht dass wir hier wieder in der sackgasse enden aber hier ist doch ein Schicker durch guck mal hier mal lang fahren die ganzen wege wo man mit moped nicht da lang darf ja die kann man mit dem fahrrad nämlich schön fahren das ist doch ganz cool ja genau jetzt liegt tübingen so halb links und man könnte meinen das ist ja trotzdem eine sackgasse ja gott das ist nicht einfach hier komm mal da denn dran vorbei weiß man auch nicht was die leute hier machen ob da holz geklaut wird oder so ich weiß es nicht ja soll mir auch wurscht sein ich bin ja nicht die polizei jetzt habe ich eine idee ja so was total innovatives ich könnte mir so eine so orange gelbfarbene bauarbeiter klamotten anziehen so ganz körpermäßig und dann so ein so ein assi fahrradhelm aufsetzen ach ne moment habe ich schon auf und dann nenne ich mich einfach anzeigen hauptmeister und mache da youtube videos dazu oh mann echt ey das ist auch so also das ist ein thema das lässt sich sehr viel schichtlich diskutieren das machen wir aber nicht heute weil eigentlich sollte das ja nur ein kurzer audio video test sein und ich glaube dafür haben wir ja wohl genug material und außerdem wird das wahrscheinlich nicht mehr lange dauern bis die gopro hier den geist aufgibt entweder wegen überhützung oder wegen akku leer deswegen ja mal gucken wie das so läuft und ob wir noch mehr moped videos machen oder oder er nicht ich habe schon wieder so ein deja vu hier waren wir vorhin nämlich auch schon mal naja ok bis zum nächsten mal auf welchem gefährt dann auch immer tschau